So, Leute, jetzt erst mal einen schönen guten Abend zum ersten Teil von Hamburg United Rock Kreuzberg. Die Band, die jetzt gleich kommen, sollte 2007 schon spielen. Da gab es leider einen tragischen Turnesfall von Schwabe. Gestern war sein zweiter Turnestag. Es war die Frage, ob die Band weiter rockt und alle waren sich einig, er hätte es gewollt. Ladies and Gentlemen, hier sind The Razors! Die Band, die jetzt gleich kommen. Die Band, die jetzt gleich kommen. Die Band, die jetzt gleich kommen. Redbox, 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 Redbox Was ist der Name der Lieben? Was ist der Name der Lieben? Der Kopf, der Kopf, der Kopf, war ein paar Kampen. Der Kopf, der Kopf, war ein paar Kampen. Der Kopf, der Kopf, nur auf dem Kampen. Hallo, unsere Köder, unsere Pampen. Ihr kommt mal gerne alle etwas nach vorne, kommen wir die Luft ab mit uns zum Tanzen. Wie zum такой Kampen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020